Hallo, Datenverstecken. Ein Beispiel. Statt Bits und Bytes werden in diesem Beispiel Buchstaben genutzt, um das Prinzip der Steganographie zu erläutern. Nehmen wir mal an, Person A möchte an Person B die folgende kurze Botschaft senden. Morgen. Statt die Nachricht zu verschlüsseln, was auffällig sein könnte, versteckt er sie in dem folgenden harmlos aussehenden Satz. Mein olles Radio geht einfach nicht. Wenn der Empfänger weiß, dass die eigentliche Botschaft in den Anfangsbuchstaben der Wörter akkodiert ist, wäre es ganz gut, aber nicht optimal. Ein Beobachter könnte auf den Gedanken kommen. Was? Wieso Radio? Der zahlt doch keine GZ. Er wird aufmerksam und mit ein wenig probieren, kann der die Botschaft extrahieren. Also wird Person A die Nachricht zusätzlich verschlüsseln und ein neuer halbwegs sinnvoller Satz wird konstruiert und verschickt. Das Beispiel verdeutlicht, welche Voraussetzungen für die Nutzung von Steganographie zum Austausch von Nachrichten gegeben sein müssen. Erstens. Sender und Empfänger müssen sich darüber verständigt haben, wie die Nutzdaten versteckt und verschlüsselt werden. Zweitens. Die Nutzdaten sollte man grundsätzlich verschlüsseln, da nicht ausgeschlossen ist, dass ein Beobachter aufmerksam wird. Drittens. Die Cover-Datenmenge muss viel größer als die Datenmenge der Nutzdaten sein. Steganographie-Tools. Kleine Software-Tools vereinfachen die Nutzung von Steganographie. Derartige Tools wurden schon im vergangenen Jahrhundert entwickelt und sind keineswegs neu, wie Scotland Yard behauptete. Es steht eine umfangreiche Palette zur Verfügung. Steganographie und Outguess sind auf dem Stand der Technik, andermals nicht mehr gepflegt und veraltet. Diese Tools verstecken Text oder kleine Dateien in Bildern bzw. Audiodateien. Diese Trägermedien sind besonders geeignet, da kleine Modifikationen an Farbwerten oder Tönen nicht auffallen und auch Redundanzen genutzt werden können. Die Nutzdaten werden häufig mit starken kryptographischen Algorithmen verschlüsselt. Auch darum braucht der Anwender sich selbst nicht zu kümmern. Die Eingabe eines Passworts reicht, um dieses Feature zu aktivieren. Wasserzeichen. Man kann Tools für Steganographie auch nutzen, um unsichtbare Wasserzeichen an Bildern oder Audiodateien anzubringen. Steghite ist ein Klassiker unter den Tools für Steganographie. Es kann beliebige Daten verschlüsselt in JPEG, BMP, WAV oder Audateien verstecken. Die verwendeten Algorithmen sind sehr robust gegen statistische Analysen. Die Downloadseite bietet neben den Sourcen auch Binärpakete für Windows. Steghite ist ein Kommandozeilentool. Um die Datei g.txt hier im Ordner Test mit dem Inhalt Hallo Word zu verschlüsseln und in dem Bild a.jpg zu verstecken, ruft man es mit folgenden Parametern auf. Mit "-sf", kann optional eine dritte Datei als Output verwendet werden, um das Original nicht zu modifizieren. Man gibt ein, ich bin hier schon im Ordner Test, Steghite. Steghite kann übrigens über den Paketmanager einfach installiert und deinstalliert werden. Also man gibt ein Steghite, Embed, Leerzeichen, "-cf", dann kommt die Bilddatei a.jpg, Leerzeichen, "-ef", jetzt kommt die Textdatei g.txt und Passwort eingeben, ein starkes Passwort. Das war jetzt kein starkes Passwort, aber man sollte ein starkes Passwort verwenden. Das war jetzt hier nur zum Beispiel. Dann gibt es jetzt hier die Datei, die modifizierte. Da sieht man an der Größe, dass sie verändert wurde. Der Empfänger extrahiert die geheimnisvollen Daten mit folgenden Kommando mit "-xf", könnte ein anderer Dateiname für die extrahierten Daten angegeben werden. Man gibt ein, Steghite, Leerzeichen, Extrakt, Leerzeichen, "-sf", und die Bilddatei a.jpg und dann auch die Outputdatei mit "-xf", zum Beispiel hier mal g2.txt. Dann Passwort eingeben und fertig. Und da ist die zweite Datei mit dem gleichen Text. Außerdem kann man Informationen über die Coverdatei bzw. die Stegodatei abfragen. Insbesondere die Informationen über die Kapazität der Coverdatei ist interessant, um abzuschätzen zu können, ob die geheime Datei reinpasst. Man gibt ein, Steghite, Leerzeichen, Info, a.jpg, die Bilddatei. Okay. Das Passwort kann mit dem Parameter "-p", und Passwort auch auf der Kommandozeile übergeben werden. Das erleichtert die Nutzung in Skripten. Ciao und viel Glück! Klipf. Vielen Dank.